In diesem Tutorial werden wir uns die wichtigsten Eigenschaften von Matrizen anschauen. Zum Beispiel, wann Matrizen symmetrisch, schiefsymmetrisch oder orthogonal sind, aber auch noch viele andere Eigenschaften. Für den Anfang werden wir ein paar grundlegende und einfache Begriffe in Zusammenhang mit Matrizen wiederholen. Wie zum Beispiel, was eine Diagonalmatrix ist. Wenn wir hier die Matrix B nehmen, müssen wir uns erinnern, dass eine Diagonalmatrix eigentlich eine quadratische Matrix ist, die außerhalb der Diagonale nur Nuller besitzt. Also, wenn wir die Matrix B genauer anschauen, dann solltet ihr erkennen, dass außerhalb dieser grünen Diagonale nur Nuller vorhanden sind. Eine besondere Diagonalmatrix, die euch ebenfalls was sagen sollte, ist natürlich die Einheitsmatrix. Sehr oft mit Groß E bezeichnet. Und die Einheitsmatrix ist eine Diagonalmatrix, deren sämtliche Diagonalelemente 1 sind. Und wenn wir sowieso dabei sind, sollten wir auch noch vielleicht den Begriff Spur einer Matrix hier an dieser Stelle klären. Also, wir haben hier eine Matrix A, links unten abgebildet. Unter der Spur einer Matrix versteht man die Summe der Diagonalelemente dieser Matrix. Also, wenn ihr die Matrix anschaut, die Diagonale zu finden ist eigentlich nicht wirklich schwer. Das ist die hier. Und wenn wir alle diese Diagonalelemente zusammenzählen, dann kriegen wir die Spur der Matrix raus. Das könnte man auch so hinschreiben. Also, Spur der Matrix A wäre dann 2, minus 2 und plus 1. Also, zusammengefasst 1. Und jetzt gehen wir natürlich zu ein paar ernsthaftere Sachen, wie zum Beispiel symmetrische Matrizen. Eine quadratische Matrix A heißt dann symmetrisch, wenn die Matrix A gleich mit ihrer transponierten Matrix ist. Ja, und wie das Ganze dann zu beweisen ist oder nachzuvollziehen ist, schauen wir jetzt anhand eines Beispiels. Überprüfe, ob die Matrix A symmetrisch ist. Also, links die Matrix A abgebildet. Und hier auf der rechten Seite wollen wir natürlich die transponierte Matrix bilden. Zur Erinnerung dafür, nimmt man die erste Spalte der Matrix A und schreibt sie um als erste Zeile der transponierten Matrix. Das bedeutet, an dieser Stelle haben wir dann einfach 1, minus 2 und 0. Das gleiche Spielchen dann mit der zweiten Spalte. Das wäre dann die zweite Zeile in der transponierten Matrix. Also, minus 2, 1 und 4. Und natürlich die letzte Spalte wird zu der letzten Zeile hier in der transponierten, und zwar 0, 4 und 1. Und wenn ihr die zwei Matrizen jetzt vergleicht, dann könnt ihr problemlos nachvollziehen, dass sie identisch sind. Also wäre diese Matrix A symmetrisch. Als nächstes schauen wir uns die schief-symmetrischen Matrizen an. Und die Regel lautet, eine quadratische Matrix A heißt schief-symmetrisch, wenn minus A das gleiche ist wie die transponierte Matrix A. Das wollen wir ebenfalls anhand eines Beispiels klar machen. Also wir haben hier eine Matrix A und um diesen Ansatz oben rechts zu überprüfen, bilden wir zum Beispiel als erstes die transponierte Matrix. Wie das geht, haben wir bereits gesehen. Also, ich nehme die erste Spalte links und schreibe sie als erste Zeile hin. Entsprechend habe ich dann 0, minus 2 und 1. Dann die zweite Spalte als zweite Zeile. 2, 0 und minus 3. Und am Ende noch minus 1, 3 und 0. Als nächstes brauchen wir noch minus A. Das bedeutet, wir multiplizieren jeden Element in der Matrix A mit dem minus 1. Also alle Vorzeichen drehen sich um. 0 bleibt immer noch eine 0. Dann statt 2 haben wir eine minus 2 und am Ende eine positive 1. Dann hier 2, 0 und minus 3. Und die letzte Zeile wäre dann minus 1, dann 3 und 0. Wenn ihr jetzt diese zwei Matrizen auf der rechten Seite vergleicht, also die transponierte und minus A, solltet ihr erkennen, dass sie identisch sind. Aus diesem Grund ist die Matrix A schiefsymmetrisch. Noch eine Besonderheit, wie ihr ganz schnell erkennen könnt eigentlich, ob eine Matrix... Wenn sie schiefsymmetrisch ist, so sind alle ihre Diagonalelemente 0. Und das können wir auch hier bei dieser Matrix A ganz gut erkennen. Also das ist die Diagonale oder auch Hauptdiagonale genannt. Und alle Elemente sind 0. Deshalb könnt ihr schon von vornherein mit Sicherheit sagen, dass die Matrix schiefsymmetrisch ist. An dieser Stelle will ich euch noch eine kleine Besonderheit zeigen in Bezug auf symmetrische bzw. schiefsymmetrische Matrizen. Und zwar... In Wirklichkeit kann man jede Matrix A als Summe aus einer symmetrischen und einer schiefsymmetrischen Matrix zerlegen. Die Zerlegung sieht dann wie folgt aus. Ja, ich weiß, beim ersten Blick ein bisschen schlimm. Aber, das ist ganz einfach zu verstehen. Die linke Seite ist der symmetrische Anteil oder bildet die symmetrische Matrix auf. Und die rechte Seite ist die schiefsymmetrische Matrix. Übrigens, vielleicht erinnert euch diese Eigenschaft auch an die Eigenschaft von ganznationale Funktionen. Die kann man auch immer in eine Summe aus geraden, ungeraden Funktionen aufteilen. So ähnlich wie hier. Gut, weil diese Eigenschaften nicht so offensichtlich sind und weil es wirklich nur ein paar Sekunden dauert, will ich euch das Ganze jetzt auch kurz beweisen. In erster Reihe wollen wir natürlich nachweisen, dass die Matrix auf der linken Seite symmetrisch ist. Zur Erinnerung, die Matrix, von der wir jetzt reden, ist eigentlich das hier. Und dieser konstante Faktor 1,5 lasse ich weg, weil sonst müsste ich nur die ganze Zeit mitnehmen. Beeinflusst sowieso nicht den Beweis. So, bei der Symmetrie von Matrizen haben wir vorher gesehen, man muss einfach zeigen, dass die ursprüngliche Matrix identisch ist mit ihrer transponierte. Und das machen wir jetzt auch hier. Wir nehmen diese ursprüngliche Matrix, also A plus A T wäre die, und transponieren sie nochmal. So, wenn wir die Klammer auflösen, dann wird die erste Matrix zuerst transponiert und die zweite Matrix wird dann eigentlich zweimal transponiert. So, das können wir noch ein bisschen vereinfachen. Die erste Matrix, ja, da kann man eigentlich nichts mehr machen. Bleibt einfach die transponierte Matrix. Und wenn man eine Matrix zweimal transponiert, dann hat man wieder die ursprüngliche Matrix. Und guckt, A plus A T ist das gleiche wie A T plus A. Also, die Matrix ist tatsächlich symmetrisch. So ähnlich funktioniert es auch mit der Schiff-Symmetrie. Da musste gezeigt werden, dass die Anfangsmatrix mit dem Minus davor das gleiche ist wie die transponierte Matrix. Also, wir schnappen uns jetzt auch diese Matrix hier und transponieren sie. A minus A T. Nochmal transponiert. Lösen erneut die Klammer auf. Also, wir haben dann A T minus. Und jetzt mittlerweile wissen wir schon, wenn wir zweimal eine Matrix transponieren, kommt wieder die Anfangsmatrix raus. Und jetzt können wir einfach ein Minuszeichen hier ausklammern aus dieser Sache. Also, eine Minuszeichen nach vorne ziehen sozusagen. Dabei ändert sich bei beiden Matrizen das Vorzeichen. Also, wir haben dann praktisch Minus A T und Plus A. So, und das wäre das gleiche wie Minus A. Und damit wäre dann die rechte Seite schief-symmetrisch. Als nächstes schauen wir uns jetzt die orthogonalen Matrizen an. Also, eine quadratische Matrix A heißt orthogonal, wenn das hier erfüllt ist. Also, die transponierte der Matrix ist das gleiche wie die inverse der Matrix. Allerdings, diesen Ansatz immer zu überprüfen, könnte sehr viel Zeit kosten. Der Grund dafür ist natürlich, die inverse, die bildet man nicht freiwillig, also wenn man nicht gezwungen ist. Aber es gibt an dieser Stelle auch eine gute Nachricht. Man kann das umgehen, indem man sich einfach an diese Eigenschaft hier erinnert. Also, wenn man eine Matrix mit der Inverse multipliziert, dann kommt immer die Einheitsmatrix raus. Und das führt dann zu einem neuen Ansatz zur Überprüfung der Orthogonalität, und zwar dieser hier. Also, A mal AT ergibt die Einheitsmatrix. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie komme ich jetzt drauf? Ganz einfach, auf der linken Seite habe ich einfach mal auf beide Seiten mit der Matrix A multipliziert. Einmal hier und einmal hier. So, deshalb lautet dann die linke Seite A mal ihre transponierte. Und A mal A hoch minus 1, so wie es hier steht, dann in der Mitte, ergibt natürlich die Einheitsmatrix. Und natürlich ist dieser Ansatz auf der rechten Seite günstiger und einfacher zu überprüfen. Ihr müsst lediglich eine Matrizenmultiplikation ausrechnen und keine Inverse bilden. Wie das Ganze anhand eines Beispiels aussieht, sehen wir gleich. Davor will ich allerdings noch ein paar wichtige Eigenschaften orthogonaler Matrizen zeigen. Eigenschaften, die euch bei bestimmten Aufgaben hilfreich sein könnten. Erste Eigenschaft. Wenn eine Matrix A orthogonal ist, dann sind es auch ihre Inverse und ihre Transponierte. Zweitens. Wenn eine Matrix A orthogonal ist, dann hat ihre Determinante immer den Wert plus oder minus 1. Eine Bemerkung an dieser Stelle. Orthogonale Matrizen mit der Determinante 1 heißen auch Drehmatrizen. Und eine letzte Eigenschaft. Wenn A und B zwei orthogonale Matrizen sind, dann ist auch ihr Produkt eine orthogonale Matrix. Also die Matrix C, die als Ergebnis bei der Multiplikation rauskommt, ist auch eine orthogonale Matrix. Und hier kommt unsere Beispielaufgabe. Wir sollen überprüfen, ob die Matrix A orthogonal ist und gegebenenfalls ihre Inverse angeben. Die Matrix A ist links abgebildet und zur Überprüfung werden wir natürlich diesen schnellen Ansatz nehmen. Mit A mal AT soll die Einheitsmatrix ergeben. Damit ich hier an der Stelle ein bisschen Zeit spare, habe ich bereits die transponierte Matrix schon gebildet. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist diese zwei Matrizen miteinander zu multiplizieren. Das werde ich jetzt auf grundlegende Weise machen mit einem Schema, was jeder kennen sollte. Und zwar von Falk. Dabei benutze ich halt diesen sogenannten Achsenkreuz. Hier trage ich unten links die Matrix A. Hier oben rechts die Matrix AT. Also die transponierte Matrix. Und unter rechts kommt unsere Ergebnismatrix. Wir könnten zum Beispiel damit anfangen, erstmal diese vorderen Faktoren, diese konstanten Faktoren miteinander zu multiplizieren. 1 durch Wurzel 6 mal 1 durch Wurzel 6 ergibt natürlich 1 Sechstel. Und jetzt geht es los mit der tatsächlichen Matrix-Multiplikation. Dabei werde ich jetzt die erste Zeile hier auf der linken Seite mit der ersten Spalte auf der rechten Seite multiplizieren. Wurzel 2 mal Wurzel 2 ergibt 2. Dann kommt plus 0 und minus 2 mal minus 2 sind 4. 2 plus 4 natürlich 6. Dann bleibe ich hier bei der ersten Zeile und multipliziere sie mit der zweiten Spalte. Wurzel 2 mal Wurzel 2 sind wieder 2. 0 mal irgendwas ist 0. Und minus 2 mal 1 sind minus 2. 2 minus 2 ergibt 0. Und jetzt die erste Zeile mit der letzten Spalte. Wurzel 2 mal Wurzel 2 sind 2. Dann haben wir wieder 0 und minus 2 mal 1 ist minus 2. Also ebenfalls 0. Jetzt nochmal das Ganze mit der zweiten Zeile hier. Also Wurzel 2 mal Wurzel 2 sind natürlich 2. 0 und minus 2 ergibt 0. Dann Wurzel 2 mal Wurzel 2 sind 2. Dann kommt plus 3. Und noch plus 1 sind ebenfalls 6. Und mit der letzten Spalte kommt selbstverständlich 0 raus. In der letzten Zeile haben wir dann wieder Wurzel 2 mal Wurzel 2 sind 2. Dann 0 und minus 2 ergibt wieder 0. Dann mit der zweiten Spalte wird natürlich wieder eine 0 rauskommen. Und hier am Ende eine 6. Wenn ihr jetzt diesen konstanten Faktor davor mit jedem Element in der Matrix multipliziert, dann folgt natürlich die Einheitsmatrix. Und das Ganze sieht dann so aus. 1, 0, 0. 0, 1, 0. Und 0, 0, 1. Also damit haben wir eigentlich schon gezeigt, dass diese Matrix orthogonal ist. Die Aufgabenstellung will von uns noch die Inverse. Naja, nichts einfacher als das. Wir erinnern uns an die Überprüfungsansätze. Also wenn die Matrix orthogonal ist, dann ist ihre Inverse identisch mit der transponierten. Also das bedeutet, dass hier ist auch gleichzeitig die Inverse der Matrix A. Und zum Schluss noch eine besondere Matrix, die man zugegeben nicht so oft sieht. Allerdings hier am Ende dieses Tutorials glaube ich noch ganz gut reinpasst. Und zwar das magische Quadrat. Eine quadratische Matrix A heißt magisches Quadrat, wenn die Summen der Zahlen jeder Zeile, Spalte oder Diagonalen gleich sind. Dann schauen wir uns so eine Matrix an. Also, und versuchen natürlich zu überprüfen, ob das stimmt. Die Summen jeder Zeile. Die Zeilen sind diese hier. Bilden wir mal kurz die Summen. Also, wir haben hier 2 plus 9 plus 4 sind 15. Hier 7 plus 5 plus 3 ebenfalls 15. Und 6 plus 1 plus 8 sind auch 15. Dann als nächstes nehmen wir die Spalten. Also, nach unten alles zusammenzählen. 2 plus 7 plus 6 sind 15. 9 plus 5 plus 1 ebenfalls 15. Und 4 plus 3 plus 8 auch 15. Und am Ende noch die zwei Diagonalen. Also die Hauptdiagonale. 2 plus 5 plus 8 ergibt ebenfalls 15 hier. Und die Nebendiagonale. 6 plus 5 plus 4 ebenfalls 15. Also, tatsächlich, das ist ein magisches Quadrat. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die euch in diesem Zusammenhang weiterhelfen könnten. Ihr müsst natürlich in der Lage sein, Determinanten von Matrizen zu berechnen, sowie die Inversen. Zwei oder mehrere Matrizen miteinander zu multiplizieren. Und Matrizengleichungen zu lösen. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.